Ich bekomme zu meiner ersten Staffel hier live und wir spielen nun im Folge ist live. Erste Staffel Let's Go bekommen und ich freue mich auf diese erste Staffel dieses heutigen Abends. Ich habe mir genommen, dass ich diese Staffel machen werde und damit ihr Leute nicht verpassen wollt, am 1. Juli. Heute ist der 1. Juli, geht es los mit die Staffel und ich freue mich so hart. Ich gebe hier auch einen Ehrengast, wenn es geht. Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr kostenlos den Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst durch die Serien. Leute, es geht los und wir sehen uns nächste Runde, Freunde. Aber, Leute, ich habe, wie gesagt, eine Runde spielen wir. Wir können die 2 auch jetzt spielen, aber, Leute, wenn ich jetzt bin nicht die 2. Spiele, ich weiß, was hat Platz vielleicht ein bisschen voller als gedacht. Oh, deshalb, Leute. Okay, Leute, es ist jetzt so, ich muss jetzt, ich darf jetzt nicht mehr, also ich muss jetzt auf der Stunt spielen. Und, Leute, ähm, ja. Oh, Wasserwutze. Das ist krass. Also, da würde ich 100% gewinnen. Nee, ich würde 100% verlieren, nicht gewinnen. Der Sprung. Let's go. Nein, das hat drum gebackt. Das ist doch wie eine Scheibe. Ja, komm. Kann ich kurz mal losgehen? Ich gehe auf K. Okay. Ja. Ja, okay. Ich möchte einfach nur das Spiel gewinnen. Kann ich das? Nee, komm mal, ich bin Letzter. Ja, ja, toll. Ja, toll, ich bin Letzter geworden. Oh, der ist noch da. Krass. Was geht's? Noch nicht Letzter. Vorletzter. Sag ich nur noch. Digga, guck mal, der Kleine. Der schummelt. Ja, der Sohn hat mir gefallen. Karma schlägt zurück. Karma schlägt zurück. Ja, Digga, ich will doch mal verlieren. Ich verliere doch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Und jetzt war's. Euer Pascal-Germin 13. Und tschau. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vielen Dank.